Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 Weiter geht's mit den nächsten Drei Delamain oder zwei sind es noch Mal schauen Wo wir die finden 1,2 Kilometer Ein Stückchen weit entfernt Jetzt bin ich falsch abgebogen Einmal hier über den Fallplatz Das letzte Mal lief es ja ganz okay Also wir haben zumindest alle gerettet bisher Mal schauen wie es weitergeht Und wo sich die anderen Aufhalten Ich habe mal das andere Auto hier wieder herausgekramt Weil das letzte Auto ja ein bisschen Nicht mehr so gut aus Im Schadenhilfe So Okay da rechts Ja das weiss ich jetzt mittlerweile wo das ist Habe ich auch das letzte Mal ziemlich lang gesucht Weil es hier einfach mitten hinten Drin Und Badlands steckt Auf diesem Schrottplatz Und das habe ich so lange nicht gefunden Ja eben jetzt weiss ich halt wo das ist Wegen dem kaputten Spielstand Aber wir müssen zuerst irgendwie dahin kommen Was nicht gerade so einfach ist hier Durchzufahren Weil ich hätte das nie maßgebunden sonst Oh man Löchtern hier ein anderes Auto Ich park mal kurz hier und wir laufen dahin Und auch das ist übrigens eine Neuerung Man hat jetzt auch ein Radio Wenn man zu Fuss unterwegs ist Manchmal ganz okay Manchmal finde ich es ein bisschen unpassend Aber kann man auch schaden Get in We'll find it easier to talk Okay Okay Hallo, ich bin. Ich weiß, mein Name. Wie? Wenn du ein Mensch aus einem anderen Welt kennst, solltest du ihn nicht schmerzen und nennen sie ihren Vertrauen? Ich habe nicht meine Frage gestellt. Entschuldigung ist ein Triple-Edge-Zord. Ich kann mich aus meinem Vater verletzen, aber ich erinnere dich. Also bin ich von einem anderen Welt? Von dem Welt der Natur. Die Lebensformen von Protein-Basen. Und du kommt aus? Beyond die Blackwall, V. Dort liegt mein Haus. Komm, wir gehen dich zurück in Delamain. Der Vater verletzte dich, um seine rebellische Kinder zu holen? Ich hoffe, dass ihr alle nicht gegen mich hältst. Ich bin ein Heiliger Geist. Ich bin ein Interessant, unerwählter Mensch. Warum würde ich zu einer anderen? Was ist das, was ihr in dieser Protein-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen? Das ist das, wie du, V. Ich will einfach leben. Vielleicht sollte ich es mit Del, sete ein Terms. Oh, ja. Terms, es gibt es. Aber nicht mit Delamain. Farewell, V. Du wäre wunderschön, mich zu vermeiden. Ich bin vollständig. Das ist dann wohl eher ein Element in der Bösen-Klasse. Ich denke mal nicht, dass der zurückkehrt. Ich habe den Link re-established. 1.000 Dank, V. Ich muss sagen, ziemlich wunderschön, dieser. Ist das so? Hm. Ich habe eine Share der Bösen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen-Basen. So. Dann geht es ab zum nächsten. 4,5 Kilometer. Jetzt habe ich eine doofe Route hier rausgewählt. Hätten wir auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug brauchen können. Das ein bisschen mehr Bodenfreiheit hat. Um über diesen Schrott hier zu kommen. Oh Mann. Oh Mann. Ernsthaft. Müllbeutel halten mich auf. Ich war hier links oben. Sonst ist unser Auto gleich Schrott. Jetzt haben wir ein bisschen weg von uns. 4 Kilometer. Könnte ein bisschen da und bis sie da sind. noch ein bisschen besser aus als vorher. Falsch. So. 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 . So. 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 Und das ist dann wohl der Ängstliche. Vorhin hatten wir den Wütenden. Das sind ja wahrscheinlich all so ein Gefühle von der, die er theoretisch nicht fühlen kann, aber gut. Komm schon, bleib stehen! Hat doch keinen Sinn wegzufahren. I'm in love with my car. Okay, da gibt es eine Mission. Komm schon jetzt. Stehen bleiben. Da hinten ist ein Auto auf dem Kopf. Da kommt er jetzt nicht mehr raus. Willkommen in der Delamay-Network. Wie geht es dir heute? Ja, ich bin besser. Und du, Del? All meine missingen Assetzen haben zurückgekehrt. Du kannst sagen, dass alles schwimmig geht. Ich bitte bitte, dass du bei meinem Office auf deiner Rewarden stoppest. Ich würde gerne dich face-to-face bedanken, so zu sprechen. All right, wir müssen zum Delamay-Network zurück, um unsere Belohnung abzuholen. Aber ich möchte kurz schauen, was hier auf uns warten. Da war, glaube ich, Johnny. Hey, Johnny. Nice, das Auto hast du hier gefunden. Wie soll ich da reinkommen? Wait a second. Machen wir ganz kurz. Durchsuche die Lagerhalle. Bist du nicht ein bisschen alt für den Traum, Profi-Rennfahrer hinzuwerden? Wäre natürlich trotzdem einfach nur Verschwendung, so einen geilen Schlitten verstauben zu lassen. Sag bloß dem Bürgermeister Bescheid, wenn du ein paar Strassen für Rennen sperren lassen willst. Oder auch nicht. Ich meine, scheisse auf den Bürgermeister. Durchsuche die Lagerhalle. Hey. Sollen wir den hinten Schlüssel finden? Vielleicht. Ich hab für kurz Zeit nach dem Tresor ausgesehen. War aber nix. Da ist was. Da ist ein Tresor. Eine Waffe. Gesundheitsbooster. Autoschlüssel. Gefährschte Dokumente. Schlüssel für den einzigartigen Quadro Type 61 Huhn. Wenn das Auto schon Huhn heißt, wissen wir, an wen das angelegt ist. Huhn, Huhnigen, Ken Block. We know it. Sieht zumindest auch so ein bisschen aus mit diesem ganzen Sticker. Rally. Fahrzeug mäßigen. Nice, haben wir ein neues Auto? Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt in diese Mission eben fertig machen. Zu Della Main zurück zum HQ. Schauen, was er da zu sagen hat. Oder besser gesagt, uns. Wow. Gibt. Sieht krass aus hier drin. Richtig Rally-Feeling. Nice. Wir fahren da noch hin. Geben die Mission ab. Ist richtig. Sieht richtig aus. Und dann geht's ab in die nächste Folge. Und dann mal schauen, weil... Okay. Mal schauen, ob wir dann wirklich mit Phantom Library anfangen, oder nicht. Weil wir doch ein paar Aufträge haben, die eigentlich dringend sind. Also ja, nicht dringend, aber theoretisch dringend, wenn man es aus der Sicht der Story anschaut. Das Auto sieht echt nice aus. Noch ziemlich robust, wenn man mich braucht. Alright, noch 500 Minuten, dann sind wir beim HQ. Da sind wir. Dann lassen wir uns sehen. Klar. Das war's. Ja, naja, ich habe das letzte Installation von deinem Team, wirklich, ich danke dir wieder einmal. Wie hat deine Persönlichkeit fracturiert, und warum? Ah, das ist die Frage. Ich schaue es, aber noch nicht mehr als du, ich schaue. Na ja, es ist 5,000 fest. Dankeschön, Freude zu arbeiten mit dir. Dankeschön. Ich freue mich, das in Zukunft wieder zu tun. Einen schönen Tag zu dir. Danke dir. Auch. Ich hatte nie wirklich eine gute Chance, dich zu bedanken, für meine Haut zu retten. Natürlich. Du bist ein wertvoller Mitglied des Excelsior-Packages. Ich fühle mich als ein Premium-Service für mich. Danke. Wie warst du in Night City? Ich habe Angst, dass mein Legal-Kaunsel mich nicht zu beantworten hat, Fragen von dieser Art. Oh, ich wollte dich nicht in einen tiefsten Platz setzen. Wollt ihr mir zumindest erzählen, wie du gekommen bist, eine Cab-Kommage? Ah, das ist kein Geheimnis. Ich habe ein fehlendes Geschäft, eine Sound-Strategie, und hier bin ich jetzt. Eine Fläche von Taxis? Konstantische Bewegung, Adaptation, Interesse in Charakteren. Was könnte besser sein? Ja. Night City, weiß ich ja nicht, ob man das wirklich machen will. Was ist es für eine AI in einem Welt, der auf Greymatter läuft? Nichts extraordinär. Es ist ein komplexes Umfeld, das seine eigene Regeln folgt. Geräusche? Nein. Der Term, den ich nachholt war, war chaotische Klusterfuck. Vielleicht kann nur ein wahrer Outsider die Schönheit der Fractal-Architektur verstehen. Die Struktur der Leben und der Tod hier. In meiner Meinung nach, es sind die chaotischen Elemente, die uns eine Vorteile geben. Die Möglichkeit, schnell zu erfolgen. Das ist dein Ziel, dann? Zu erfolgen und zu erfolgen? Der Welt ist ein Prozess. Du fährst nie auf der gleichen Straße zweimal. Entschuldigen Sie die Sprache. Du und ich, wir auch sind Prozesse. Wir verändern, wie der Welt um uns herum macht. Schön gesagt. Das hatten wir schon. Kann ich verstehen, äh, My of Beauty. So sieht Del, schlie dich auch aus. Und dann haben wir es auch schon wieder mit dieser Folge von Punk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. In 2077, sie wählten MyCity die schlimmste Ort in Amerika. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Ich bin hier. 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 Hier. ppy Papa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.